Der Freund fällt Ihnen ins Wort und Sie kriegen Ihren Satz nicht zu Ende. Wenn die Kollegin spricht, fühlen Sie sich sofort wie ein Schulkind und Ihre Meinung geht komplett unter, wenn Sie neben dieser Person sind, weil dann werden Sie unsichtbar. Wenn Sie so etwas immer und immer wieder erleben, dann lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Ich möchte Ihnen in den nächsten zehn Minuten sechs ganz konkrete Übungen an die Hand geben, wie Sie mit solchen Situationen umgehen können und vor allem, wie Sie sie nutzen können, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Erstens, Sie üben ein neues Verhalten ein und zweitens gestalten wir das so, dass aus dem neuen Verhalten eine neue Haltung werden kann. Damit meine ich, dass Sie nicht nur blind Übungen machen, zum Beispiel laut reden lernen, sondern dass auch jede Übung zu einer echten Veränderung beiträgt. Und das geht, indem wir dominante Menschen heimlich und still und leise als Lehrer definieren, als Gratis-Coach sozusagen. Alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie bereits in Hülle und Fülle, glauben Sie mir, nämlich Ihre gesammelten bisherigen Erfahrungen mit dominanten Menschen. Unsere Erfahrungen sind der Reichtum unseres Geistes, auch die schlechten Erfahrungen. Aber wenn wir diese Schätze nicht heben, wenn wir sie nicht verstehen, wenn wir nicht kapieren, dass wir eigentlich reich sind, leben wir in Armut weiter. Also lassen Sie uns diesen Schatz bitte gemeinsam heben. Der Schlüssel liegt in der Nachbearbeitung. In der Situation, wenn es gerade anstrengend ist mit dominanten Menschen, da sind wir oft im Modus Augen zu und durch, Hauptsache vorbei und dann wegstecken. Aber Leute, das ist eine schwer verdiente Erfahrung, die ist kostbar. Das Interessante ist, dass wir solche Erfahrungen im Nachhinein oft sehr gut nutzen können. Wenn Sie mitmachen wollen, holen Sie sich gerne ein Blatt Papier und erinnern Sie sich bitte ganz konkret an eine Situation, in der Sie dominiert wurden. Es sollte wirklich eine ganz eindeutige Situation sein. Halten Sie das Video gerne an, wenn Sie mitmachen wollen. Gut, Sie haben jetzt eine Situation im Kopf. Stellen Sie sich vor, Ihre Situation, die Sie im Geiste haben, ist ein Comic. Und Sie können live und Bild für Bild genau beobachten, was da passiert. Weil Sie wissen ja, im Comic hat man Sprechblasen und Gedankenblasen. Alles sichtbar. Erstens. Schauen Sie, was fühlen Sie? Klein, hilflos, wertlos, inkompetent, vielleicht verunsichert, vielleicht auch wütend. Zweite Frage. Was denken Sie? Der redet und redet, denken Sie. Aber man darf den Menschen nicht unterbrechen. Meine Meinung ist bestimmt nicht so wertvoll. Ich muss immer freundlich sein. Zum Beispiel sind alles Gedanken, die Sie haben. Hauptsache kein Streit ist auch ein Gedanke. Dritte Frage. Wie hat Ihr Körper reagiert? War er unter Stress? Hat er geschwitzt? Zum Beispiel. Vierte Frage. Was haben Sie gemacht? Sie sind stramm und symmetrisch dargestanden, diffensiv den Kopf eingezogen oder sich schräg gestellt, freundlich gelächelt und genickt. Haben Sie sich an einem Glas festgehalten, sind aufs Klo gegangen. Vielleicht haben Sie mit jemand anderem ein Gespräch angefangen. Fünfte Frage. Was haben Sie gesagt? Vielleicht gar nichts. Vielleicht nur ja, ja, ja. Vielleicht haben Sie vage, irgendwie ausweichend geantwortet. Wie haben Sie geredet? Leise, vielleicht nur wenig, eintönig oder verhuscht zum Beispiel. Schauen Sie Sekunde für Sekunde diesen Comic an. Und jetzt fragen Sie sich, was genau hat Sie in dieser Situation verunsichert? Wovor hätten Sie Angst, wenn Sie gezwungen wären, Kante zu zeigen, Grenzen zu ziehen, sich zu wehren, dominanter aufzutreten? Ganz konkret. Was sind Ihre Befürchtungen? Zum Beispiel kann es sein, ich habe Angst, nicht mehr gemocht zu werden, ausgeschlossen zu werden. Oder ich habe nicht die Kraft, diesen Kampf zu bestehen. Oder ich werde garantiert den Kürzeren ziehen. Darauf gibt es je nach Person verschiedene Antworten. Was ist Ihre Antwort? Ein Beispiel wäre, ich muss doch immer schön zustimmen, damit es so schön harmonisch bleibt. Oder ich muss unsichtbar bleiben, sonst merken alle, dass ich eigentlich gar nichts drauf habe. Wenn Sie für sich einen Satz identifiziert haben, dann handeln Sie genau entgegengesetzt. Also, wenn Ihr Satz lautet, ich muss immer schön zustimmen, damit es harmonisch bleibt, dann wäre Ihre Übung, ich wage es auch mal zu diskutieren oder sogar einen Streit anzufachen. Genau das Gegenteil, das ist Ihr Weg. Bitte verstehen Sie jetzt diesen Unterschied. Wenn Sie zum Beispiel blind einem Tipp folgen, sag deine Meinung, dann ist das nur eine Verhaltensänderung. Aus psychologischer Sicht ist es viel mächtiger, wenn Sie vorher verstanden haben, warum Sie es bisher nicht getan haben. Also, wenn Sie Ihre Angst, die dahinter steckt, verstanden haben. Und wenn Sie jetzt Ihre Meinung sagen, dann wissen Sie, welchen Muskeln Sie trainieren. Dann wird der dominante Mensch, ohne es zu wissen, Ihr Trainingspartner. Trainieren funktioniert nur mit Widerstand und den kriegen Sie und zwar gratis von der dominanten Person. Das neue Verhalten wird dann Stück für Stück Ihre neue Haltung. Und jetzt schauen wir typische Trainingsmaßnahmen an. Vielleicht ist das eine oder andere für Sie passend. Was können Sie zum Beispiel üben? Erstens Körperhaltung. Machen Sie sich nicht klein. Stellen Sie den Kopf nicht so schräg. Das machen die Frauen ganz gerne. Und immer wieder hört man den Tipp, sitzen Sie aufrecht. Das stimmt so leider nicht ganz. Nur der dominante Mensch kann es sich leisten, asymmetrisch zu sitzen oder asymmetrisch zu stehen. So zum Beispiel. Der Untergebene sitzt immer brav, stramm und symmetrisch wie ein Soldat. Symmetrie heißt immer, wenig Raum einnehmen. Also nehmen Sie Raum ein und sitzen Sie nicht zu gerade. Lümmeln Sie einfach herum. Zweitens Kontaktverhalten. Schauen Sie den dominanten Menschen an. Direkt, aber nicht dauernd starren. Wer starrt, hat Angst, dass das Gegenüber angreifen könnte. Oder eine andere Übung. Fassen Sie ihn an. Aber nur, wenn es angemessen ist. Jemanden anzufassen, das muss man sich leisten können. Beobachten Sie zum Beispiel Politiker. Wer klopft wem auf die Schulter? Wer legt wem die Hand auf den Arm? In der Politik ist dieses Dominanzgebaren wirklich ganz wunderbar zu beobachten. Drittens, Ihr Redeverhalten. Es ist ein Zeichen von Stärke, nicht nur zu reagieren auf das, was jemand sagt, sondern wirklich auch zu agieren. Also nicht immer nur brav eine Antwort zu geben wie eine Prüfung, sondern auch mal daneben zu antworten. Thematisch meine ich. Und das Thema zu wechseln. Manchmal reicht ein Nein in Leucht- und in Großbuchstaben. Viertens, der Redeinhalt. Ein ganz starkes Zeichen ist es auch, wenn man von den konkreten Inhalten absieht und auf diese Meta-Ebene wechselt. Auch das können sich in der Regel nur Alpha-Menschen leisten. Ein Beispiel. Es geht um die Frage, ob es gut ist, die Kinder bald in die Kita zu geben oder nicht. Die andere, diese dominante Person, hat eine klare Meinung und dominiert das Gespräch komplett. Argumente pro, Argumente contra. Dann könnten Sie sagen, auf der Meta-Ebene, also ich finde prinzipiell, dass diese Form der Diskussion, wie wir sie gerade führen, nicht weit führt. Schau mal, wir tauschen hier Argumente aus im Kleinen. Dabei ist doch viel wichtiger, die Sache aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten. Das ist eine Ansage. Sie gehen auf die Meta-Ebene. Aber nochmal, das dürfen nur Alphas. Fünftens, Redezeiten. Wenn eine Person sie kaum zu Wort kommen lässt, sagen sie Stopp. Du redest schon fünf Minuten ununterbrochen. Üb dich doch bitte auch mal im Zuhören. Wie kann es sein, dass du bei einem so komplexen Thema so sicher sein kannst? Hast du wirklich alle Punkte durchdacht? Und das wird zum nächsten Punkt. Sechstens, Disharmonie aushalten. Dominante Menschen scheuen keinen Streit und finden es nicht schlimm, wenn es auch mal kracht. Wenn sie eher defensiv sind, vermute ich, möchten sie gerne, dass sie immer lieb sind, dass man sie gerne hat. Machen sie sich gerne auch mal unbeliebt. Und ja, halten sie das Gefühl bitte ganz bewusst aus. Zum Beispiel der Satz, das Buch habe ich auch gelesen, aber im Gegensatz zu dir finde ich es wirklich nicht gut. Oder, da muss ich dir komplett widersprechen. Da werden wir uns nie einig werden. Bei einem reifen Gespräch ist das kein Grund für eine Disharmonie. Aber dominante Menschen müssen oft Recht haben, um ihren Selbstwert zu stabilisieren. Deswegen wird es dann vielleicht nicht gemütlich. Diese konkreten Tipps sind nur einige Ideen von unzähligen Möglichkeiten zu üben, mit dominanten Menschen umzugehen. Das Prinzip ist wichtig. Genau das tun, wovor Sie Angst haben. Probieren Sie es aus. Experimentieren Sie, sobald Sie das Glück haben, auf einen dominanten Menschen zu treffen. Aber nicht im Sinne von, ich muss da irgendwie durch, also Augen zu und durch, sondern ich weiß, warum ich oft kneife und jetzt trainiere ich ganz bewusst und schaue, was passiert. Wenn es Sie interessiert, warum das funktioniert, also welche Mechanismen psychisch dahinter stecken, dann schauen Sie sich gerne das Video zur Angst an, das ich Ihnen unten verlinkt habe. Probieren Sie es aus. Es ist spannend. Ich wünsche Ihnen viele, viele Trainingspartner und viel gesunden Widerstand für viel psychische Muskelkraft. Krempeln Sie die Ärmel hoch und los geht's. Ihre Seppi, die Ravahi.